Hi, schön dich wieder zu sehen. Herzliche Grüße an alle Freunde der Meta-Astrologie. Mit Hilfe von KI der Künstlichen Intelligenz erkunden und erleben wir zusammen die Astrologie ganz neu. Die Astrologie hat eine lange und faszinierende Geschichte, die bis in die Antike zurückreicht. Es gibt Hinweise darauf, dass bereits vor mehr als 4000 Jahren in Mesopotamien und Ägypten astrologische Praktiken praktiziert wurden. Im antiken Griechenland wurde die Astrologie dann weiterentwickelt und mit der Philosophie und der Wissenschaft verbunden. Die Astrologie basiert auf der Idee, dass die Positionen der Himmelskörper zum Zeitpunkt der Geburt eines Menschen Einfluss auf sein Leben haben. Das bedeutet, dass jeder Mensch bestimmten Sternzeichen zugeordnet wird, die von den Positionen der Himmelskörper zum Zeitpunkt seiner Geburt abhängen. Diese Sternzeichen werden dann verwendet, um Vorhersagen über das Leben eines Menschen zu treffen. Obwohl die Astrologie von vielen Menschen als esoterisch oder sogar pseudowissenschaftlich angesehen wird, gibt es einige Hinweise darauf, dass es tatsächlich einen Zusammenhang zwischen den Positionen der Himmelskörper und dem Leben auf der Erde geben kann. Beispielsweise gibt es Studien, die zeigen, dass Menschen, die im Winter geboren wurden, ein höheres Risiko für Depressionen haben, was möglicherweise mit dem geringeren Sonnenlicht während dieser Jahreszeit zusammenhängen könnte. In der Geschichte haben viele Menschen, einschließlich großer Denker und Persönlichkeiten, die Astrologie praktiziert oder befürwortet. Zum Beispiel war der Philosoph Pythagoras davon überzeugt, dass die Himmelskörper eine wichtige Rolle im Leben der Menschen spielen. Der berühmte Arzt und Astrologe Galen schrieb auch über die Bedeutung der Astrologie für die Medizin. Ein weiteres Beispiel für die Verbindung zwischen Astrologie und Geschichte ist die Bedeutung, die die Sterne bei der Navigation auf See hatten. Die Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus im Jahr 1492 war zum Teil auf seine Fähigkeit zurückzuführen, die Positionen der Himmelskörper zu nutzen, um seinen Kurs zu bestimmen. In der modernen Zeit bleibt die Astrologie eine faszinierende und kontroverse Praxis. Viele Menschen nutzen sie, um Einblicke in ihr Leben und ihre Zukunft zu gewinnen. Während andere sie als Aberglauben ablehnen. Aber egal, was man von der Astrologie hält. Es bleibt ein faszinierendes Beispiel für die Faszination der Menschheit für die Himmelskörper und deren Einfluss auf unser Leben auf der Erde.